So, 3, 2, 1. Willkommen bei Slice of Life. Ähm, wir schauen mal kurz hier rein. New Game, das passt auch. Oh. Äh, New Game. Oh, ho, ho, ho. Ein Hirsch. Oh. Die Hirschkuh auch. Ein Geweih. Ah, gut, sagen wir mal was. Es ist eine Herde Hirscher. Obwohl es schon keine Familie ist. Oh, das ist ein Vulkan. Oh, je. Okay. Ihr solltet weglaufen. So. So und so beginnt es. BASD und Spacebar. Ich guck mal ob ich trotzdem... ah ich kann auch mit Tast... äh mit Controller spielen. Hopp! Spring! Nein, nein, nein! Vorsicht! Oh! Gott, oh Gott! Hilfe! Nein! Damit sind wir schon mal tot. Oh, lauf, lauf, lauf! Oh, was haben Sie kommen? Renn, renn, renn! Das sieht nicht gut aus. Kann ich hier nach der Seite springen? Nein. Wir müssen auf jeden Fall nach der... OOOP! Ben! Armes kleines Reh... KIRschKITZ! Na, ok, auf den Stein willst du nicht. Hopf, spring. So, jetzt lauf und spring. Hopf, spring. So, jetzt spring. Oh Gott. So, spring. Jetzt springst du nochmal. Jetzt versuchen wir mal da rüber zu springen. Oh wei. Wie soll das enden? Das fängt hier schon mal nicht gut an. So, hopf, hopf. Zack. Kann ich hier rüber? Nein. Ohohohoho. Komm. Keines weh. Spring. So, jetzt lauf, 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 lauf und spring. So, der geht langsam runter. Geht der auch langsam runter? Ja. So. Ja, kann man sich mal sehen. Ich probiere es mal ganz kurz mit Tastatur. Ich probiere es mal. Hopf. 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 Bringen wir mal da rüber, ok, ich glaube am Joypad liegt es nicht, also versuchen wir weiter mit den Scheufern Nein, du sollst hoch springen Warum springst du nicht gescheit? Hopp, hopp Noch ein Sprung Und Hopp, hopp Hopp, hopp Nein, nicht da rein Das arme kleine Rehe Hopp 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 Nein, 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 nein So Weißt du, das sieht nicht gut aus Kann ich auf den Holzbalken springen? Hopp 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 Oh Gott Kann man schon Nein 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 La 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 Kleine Jetzt da rüber Ab Jetzt Lauf Spreng Ah Ab So Oh verdammt Nochmal Tastatur bemühen Ne Das hat er geschafft Okay Anderer Weg Okay Ich komme nicht sehr weit bei dem Spiel Wow Oh! Was war das eben? Krasser Sprung! Ich muss einen Doppelsprung machen. Springen wir. Hier, noch mal und noch mal. Ab. Ab. Wenn die Kamera nur diese Richtung angibt, nehme ich doch an, dass wir auch in die Richtung müssen. Dann müssen wir einfach nur lange genug durchschalten. So. Jetzt bringen wir hier wieder zurück. Was es natürlich nicht geht. Auf. Na klassen. Na klassen. Dann müssen wir. Wir. Dann müssen wir schnell kommen. Wir sterben! Dammit Wir können mal lange laufen und jetzt springen wir Laufen, 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 springen Ab 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 Spreng 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 Ich glaube das ist ein Reh-Sterbe-Simulator hier So, ich renge mal in die Richtung und da ist nichts Komm Oh Nein! Nein! Verdammt Ein kleines Reh, was machst du denn? So Lauf, springen Mit dem Es hat auch gemacht Einmal Ab 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 Ab. Ab. Wow. Ok. Scheiße, damit beenden wir die erste Folge von Slice of Life, so oder so ähnlich. Ich hoffe, in der nächsten Folge schaffen wir es. Also Tschüss und Schau, bis zum nächsten Mal.